Die dritte Liga live bei Magenta Sport präsentiert von B.Win. Kellerduell zwischen Großasbach und Münster, aber sowohl der 19. Asbach als auch die einen Platz besseren Westfalen spielen zuletzt richtig gut auf. Aber gerade die SG kann sich vom Trend wenig kaufen. 11 Punkte auf den Klassenerhalt sind eine Menge Holz. Mit einem Erfolg heute können es 8 werden. Also ein kleines Endspiel schon für das Team von Hans-Jürgen Beusen, der sein Team zum dritten Mal in Folge auf 10 Positionen verändert hat. Also hier noch im Gespräch vom Spiel mit Asbachs Ex-Coach Sascha Hildmann. Gut gelaunt, aber es geht um sehr viel auch für beide Teams. 12. Minute Asbach in Rot und Schwarz mit der ersten Tor-Annäherung. Zwerko da nach dem Freistoß von Gerecki her. Asbach sammelt gerade zu Hause zu wenig Punkte Hoffnung macht heute der Gegner, denn Preußen-Münster das zweitschlechteste Auswärts-Team. Und es deutet sich auch in dieser ersten Halbzeit ein Geduldsspiel an Morris mit einem der besseren Abschlüsse im ersten Durchgang. Aber Schulze-News ist da zur Stelle erstmal gut auf Morris durchgesteckt. Und dann ein ganz netter Abschluss, aber nicht gefährlich genug. Dann immerhin die 32. Minute, wenn was ging, dann bei Groß Asbach. Das ist Flachodimus. Flachodimus verzieht hier Kai Brünker mit dem Auge für den Deutsch-Griechener und dann verzieht er doch ganz schön ordentlich. Münster ist seit Sascha Hildmann hier. Das Ruder übernommen hat gut in der Spur. Der Coach kennt sich eben auch gut aus in Asbach. Hier war er von 2017 bis 2018 Chefcoach. Auch im zweiten Durchgang nur die Asbacher. Ganz klar tonangebend und immer mal wieder mit Gelegenheit. Wir sind schon in der Schlussphase des Spiels. Es ging lange so wenig, aber dann mal Martinovic mit dem Kopfball an die Latte. Die Flanke von Sommer ideal auf den eingewechselten Stürmer. Zuletzt noch ein Tor gemacht gegen Ingolstadt. Und hier fehlt nicht viel, aber den darf er durchaus auch machen. Ganz frei kommt er hier aus acht Metern zum Kopfball. Und weiter nur Groß Asbach. Wieder Martinovic auf und davon und geht zu Boden. Und was sagt Timo Gerrach, der Schiedsrichter? Da ist der Kontakt, aber für den Schiedsrichter ist es kein Elfmeter. Sofort die Handbewegung. Nein, 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 aber ganz klar der Kontakt vom Torhüter zum Stürmer. Dann die Szene lief weiter. Münster auf einmal auch in der Offensive. Ungewohntes Bild in dieser Partie. Und dann mal über Ötschal. Und da fehlen nur Zentimeter. Sheriff Ötschal mit diesem Abschluss. Auch eher eingewechselt. Und das wäre natürlich der doppelte Nackenschlag gewesen für die Asbacher. Beuys natürlich erregt. Und Sauerweiz hat kein Elfer zuvor gehabt. Und ein bekannter für die gelbe Karte. Konnte es nicht verstehen. Ich brauche dazu nicht mal eine Zeitlupe oder ein Fernsehbild. Das war ein klarer Elfmeter. Selbst der gegnerische Torhüter hat gesagt, dass es ein klarer Elfmeter war. Aber irgendwo wollen die Herren Schiedsrichter das bei uns nicht sehen. Und es ist sehr, sehr traurig, weil die Mannschaft wieder brutal viel investiert hat. Das Spiel an sich war ja schon ziemlich zäh. Ich glaube, es waren zwei Mannschaften, wo man merkt, dass sie im Abstiegskampf drin sind. Wir wollten uns die Sicherheit holen, wenn wir gut stehen. Und Asbacher hat mehr Ballbesitz gehabt. Zwingende Torchancen waren, glaube ich, in der ersten Hälfte. Und ich weiß nicht, haben Sie eine gesehen? Nee, wenig. Irgendwie war das auch zu erwarten, dass es so wird. Jetzt auch die Spiele, die kosten schon Körner. Und du merkst, heute waren wir zum Beispiel im Kopf etwas zu langsam. Unterm Strich. Also eine Nullnummer in diesem Geduldsspiel im Keller, bei dem von Münster viel zu wenig kommt. Und Groß Asbach bis zum Schluss viel Gesprächsbedarf hat. Hier live bei Magenta Sport.